Hallihallo meine lieben Freunde, Willkommen zur nächsten Folge von Wanta, zusammen mit BlueCube. Hola! So, im Hintergrund läuft wieder meine Playlist, nachdem ich schon wieder ein paar Kommentare, beziehungsweise keine Kommentare, sondern PNs bekommen habe. Hey Genie, bitte macht doch wieder Musik rein! Und ja, ich habe jetzt was rein. Ja, und dabei will ich noch sagen, für meine Zuschauer, die liebe Genie spielt natürlich mit, die vergisst sich ja jedes Mal selbst, immer wieder vorzustellen. Toll, wer hat jetzt den Trichter hier? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Warte, nochmal Walle sein Häuschen. Äh, dieses zwei... Warte, ich zeig's dir. Ah, da ein Baum-Ding da, ne? Richtig, da. Komm, da. Wer hat denn das denn jetzt hier gemacht? Hä, wo? Wer hat denn jetzt hier Häuschen gemacht? Das war doch immer so. Hey, das war nicht immer so. Ne, warte. Das war Sand. Sandstein. Ja, das hat überall jemand geändert. Da hat jemand sich Stein geklaut. Definitiv. Definitiv. Äh, okay, wir werden uns definitiv jetzt dann später dran setzen, wie wir es auch schon mal gesprochen haben. Mann, 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 Mann. Jetzt will ich aber... Weißt du, was ich vielleicht vorhabe? Ach, das kann ich dir dann später sagen. Ja. So. Sieht aber eigentlich mal auch größer aus, ne? Ich weiß, ich verstoße jetzt gegen den Regler, aber das ist mir scheißegal gerade. Wieso, wir dürfen Türen und Schalter benutzen. Ja, stimmt. Oh ja, was. Ja, ich bin auf dem Zero Brain Projekte gewöhnt. Sorry. Das versteht aber bis jetzt noch keiner. Das hat irgendwie noch keiner geschickt. Ich wollte jetzt auf jeden Fall in die Kisten reingucken, ist mir egal, ob wir das nicht dürfen. Weil ich will wissen jetzt, wer das kaputt gemacht hat. Das kann ja nicht sein. Da ist nix. Leer, leer, leer. Leer, leer, leer. Es sind leer die Kisten hier. Hier drüben ist alles leer, war ich schon drin. Ja, da ist nix. Also da ist schon was drin, aber... Ey, ich muss auch noch runter. Ach, tschuldigung. Aber irgendwo hat der noch einen Geheimgang, soweit ich weiß. Hier vielleicht? Ja, du bist auch schon. Hm. Oh, jetzt kriegen wir das Telefon im Hintergrund. Hat man doch nicht, hoffentlich. Öh? Hier ist auch noch... Ach, du bist wieder unten. Aber hier ist er außerhalb seiner Reichszone oder so. Wenn er hier was gebaut hat, dann kann ich das sogar in die Luft jagen. Oh, das ist ja nicht mein Auto. Nein, da geh ich nicht ran. Komisch, komisch, komisch. Ehrlich. Ach ja, für die, die fragen, ob ich nur P&D Productions verwende. Zurzeit ja, weil ich noch auf Bestätigung von anderen warte. Weil ich verwende keine Musik, wo ich keine Bestätigung habe. P&D Productions hat mir offiziell die, ähm... Bestätigung gegeben, dass ich die P&D, dass ich die Musik verwenden darf. Ähm... Ich hab sie auch jedes Mal, auch wenn ich's nicht aufnehme. Ich hasse Endermänner. Hab ich schon mal gewinn? Ich hasse Endermänner. Äh, die sind hier. Die sind ätzend. Hast du grad dabei, Kies? Äh, hab ich schon, hab schon. Okay. Ich wollte grad mal jetzt alles hier mal nachkontrollieren. Heute ist ein Reparaturtag. Aber wer hat denn hier wieder das Holz ausgetauscht? Das ist doch scheiße. Weißt du was? Was? Ähm... Da ist die Holzgeschichte da, die hier falsch ist. Da hast du aber nicht geändert. Guck mal. Holz, Holz? Guck mal. Einer mit Enchant... Enchant. Okay, das hat sich jetzt unerkannt. Ähm, hier. Wir sind das nicht. Komm mal. Was sind das? Bei mir sieht es ja aus, als wären es zwei verschiedene Holzarten hier. Sind sie alle gleich aus? Hier. Guck, 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 hier. Die zwei. Na, aber wir sind alle gleich aus. Warte mal ganz kurz, ich mach dir jetzt... Machen wir meine Mutter und ich bin hier an. Warte mal ganz kurz. Unterhalt mal meine Kollegen hier. Ja, ja, ist klar. Tja, was soll ich erzählen? Für alle seid. Hast du noch einen Holzstaden? Dann setz das mal bitte hier rein. Also, okay, dann kann ich selber schnell bei mir gehen. Guck mal, ob bei mir alles hier kaputt ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich alles drin war. Irgendeiner war in meinem Keller. Mensch, Mensch. Was machen wir noch mit euch? Ja, das brauchen wir ja noch. So. So, sorry, ich hab grad nichts. Macht nichts. Weil... Aber jemand war auch von mir im Keller. Äh, warum? Weil... meine Tür offen war. Der Schalter? Ja. Und hat den auf jeden Fall betätigt. Äh, wer weiß denn, da war alles vom Schalter? Eigentlich gar keiner. Es sei denn, jemand sieht meine Folgen an. Von denen. Ne, ich kenn... also den Schalter kenn ich ja. Ja. Aber... Du hast ihn vergessen, selbst zu... Lass ihn dann in meinen Keller. Äh, ich hab dich doch gefragt, ob ich ähm... deine... Dings da benutzen darf. Naja, du wolltest ihn mal wieder reparieren, mein Amboss, ne? Ja, wenn ich ihn noch mal verwende, aber bis jetzt hab ich ihn noch nicht verwendet. Nicht mehr zumindest. Was heißt, ich hab vergessen, ich hab definitiv auf den Schalter gedrückt, ich hab ja noch extra runtergeguckt. Kannst... bei mir eine Folge nachschauen. Okay. Weißt du, was brauchst du noch mal? Äh... Äh... Blätter. Blätter. Ganz viele Blätter. Blätter, Blätter, Blätter. Uh, jetzt... Jetzt weiß ich, warum ich keine Minecraft-Geräusche hab. Weil... Ausgemacht. Hä? Ich hab auf einmal die vier Trichter bei mir, äh... In der Kiste drin. Ha? Kann es sein, dass du es gar nicht platziert hast? Doch, hundertprozentig. Ich hab ja auch einen kleinen Gang dahin gebaut, das weiß ich noch, das kannst du sogar in den anderen Folgen sehen. Irgendeiner will mich hier grad voll verarschen. Hier sind auf einmal auch Pfeile drin, die eigentlich hier gar nicht reingehören. Aber was soll ich rausschmeißen aus dem Inventar? Ich hab stärke... Leute, Leute, Leute. Ihr macht mich noch fix und fertig. Ich hab immer noch die Sachen von Burning, als er wegen meinem Hund verreckt ist. Zweimal sogar. Einmal, ähm... Wo wir aufgenommen haben und genau da, wo wir grad beendet haben. Genau in diesem Moment ist er noch mal gestorben. Okay. Ja, und da hab ich noch seine Sachen erstreckt. Aber wenn er das nicht will, bekommt er es auch nicht mehr. Ach so. Also wegen Knochenmehl muss ich mir nicht mehr... keine Sorgen mehr machen. Wenn da das Hund ist, da die Schwerflankung für die Rüstung rein. Ich hab mittlerweile 31 Level. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denn machen soll. 31 Level. Versuch deine Sachen zu reparieren. Schau mal auf deine Sachen nicht, dass sie kaputt gehen. Mein Helm ist schon kaputt. Also nicht mein Diamant. Meine Diamant... Meine Diamantbrüstung ist... Ist schon aber... Ja. Also ich muss auch demnächst definitiv, bevor wir ein größeres Projekt machen, ähm... Au. Nochmal Diamantenfarben gehen. Unbedingt. Schwarze Wolle habe ich hier. Federn. Was zu essen? Einmal hier roh. So. Lass mich... Okay, ähm... Was kommt hier hin? Gammelkott... Ach ja, ich wollte ja alles... Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Die Samen waren ja schon richtig. Ach, fucking genius Jenny. Das kommt raus. Da rein. Ah, die Spinnen kommen hier raus. Scheiße gebaut. Ja. Äh... Deswegen hätte ich so einen kleinen Block drunter gesetzt. Also so einen Viertel... Halben Block. Ja. Viertel... Normalerweise, aber... Aua. Hör auf, Spinne! Ich war's doch nicht. Ich hab nix gemacht. So. Okay. Pilz habe ich auch. Das heißt, du kannst auch Pilz... Also ich kann auch Pilzsuppen machen. Habe ich das für dich gebaut. Habe ich das für dich gebaut? Das war besser. Ich geh weg hier. Das nehme ich mit... Das nehme ich mit... Zwei Öfen nehme ich mit... Liter Steine. Ziegel. Liter Ziegel. Das kann ich auch noch mitnehmen. So. Okay. Dann kommt das da hier hin. Nach geschmolle Glas Ziegel. Nach geschmolle Glas Ziegel. Nach geschmolle Glas Ziegel. Schwarze Wolle. Nicht da. Da ist das drinnen. Da. Fee, ähm... Dings, da kommt hier hin. 44. Fee, da kommt da hin. Ja. Das ist Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wolle, Wolle. Zehn Minuten Arschkamp-Rolle. Einmal habe ich einen Sandstein. Nein, das brauch ich da. Das nehme ich mit... Das nehme ich mit Zuckerrohr. Oh, das ist irgendwie dann Slime gespawnt. Also, ich habe genug Fackeln für die... für unten. Ich habe zwei Eimer. Ultrabaum wird das. Ultrabaum. Hier ist die Schere. Das kann ich auch noch mitnehmen, damit sie kaputt geht. Und das tausche ich mal hier aus. So. Oh stimmt das? Okay, lieber hier hin. Und... Leder, 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 Leder. Lacken, Leder, Baby. Lacken, Leder, Baby. Mach dich schnackig. Und Ausdrehen. Was brauch ich denn hier für'n Scheiß? Weiß ich doch nicht. Vielleicht das Holz wird. Keine Ahnung. Aber gut, dass du Holz sagst. Jetzt sollten wir echt meine... Ja, diese Dinger mitnehmen. So, da werde ich so hin stutzen. Ne, so rum. Und, 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 und. Und die Spitzhacke. Und... Da, da. So. Dam, 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 dam. Okay, ähm. Was ist das für'n Holz hier, was du verwindest? Äh, warte, schwerf dir mal eins rum. Äh, schwarz... Eiche mit. Eiche mit. Und da weiß ich, wo ich hier heiße. Wo ich das alles herbekomme. Ah, aber die Blätter sind ja egal. Kann ja von hier sein. Äh, ja, die sind egal, aber sollten schon von einem gleichen Baum sein, ne? Weil sonst siehst du das später. Weil, bei mir sehen die Blätter an, oder? Ne. Eigentlich nicht. Eigentlich sollten alle gleich aussehen. Ne, doch, 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 leichte Unterschiede sind dabei. Auf achten, wir müssen... Schön wirkt. Ja, warte, ich schau mal, welche ich unten im Keller hab. Da kann ich dir sagen, welche wir nehmen. Weil, ich hab' nur ein paar Sticks. Ja, ich hab' glaub' ich schon mal Eiche... Ja, warte, ich sag's dir gleich was. Ja, ich hab' noch einen halben Stack, also ich hab' nicht so viel. Ups. Ich hab' Eichenlaub, doch, Eichenlaub. Nimm mal Eichenlaub, okay? Okay. Brauch' ich noch nicht. Ne, ich hab' nicht. Zack, zack. Und Essen brauch' ich unbedingt. Muss Essen mitnehmen. So, liebe Leute. Damit verabschieden wir uns auch für die erste Runde. Es hat uns natürlich wieder gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bitte lasst konstruktive Kritik da. Natürlich Däumchen, Däumchen, Däumchen hoch. Liken. Und, ja, bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao, ciao.